Herr Sauer, erzählen Sie doch einfach mal etwas über sich und Ihr Unternehmen. Ja, hallo erstmal, mein Name ist Marco Sauer, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin Meister im Sanitär- und Heizungshandwerk, Inhaber der Firma Sauer Sanitär- und Heizung aus Bergheim. Von unseren Arbeiten her muss man sagen, wir sind im Neubau unterwegs, wir sind aber auch in der Altbausanierung sehr stark. Badsanierung, Kesseltausch und Kundendienst und das ist eigentlich so unser Hauptaufgabenfeld. Seit wann arbeiten Sie mit Däumer zusammen und wie kam es dazu? Also wir arbeiten seit ca. 8 Jahren mit der Firma Däumer zusammen. Wir haben uns auf einer Hausmesse damals kennengelernt, haben danach einen Lehrgang besucht, haben die Produkte alle kennenlernen dürfen. Seitdem finden hier im Hause tatsächlich, ja eigentlich kann man sagen, fast jedes Jahr Schulungen statt mit der Firma Däumer und unseren Mitarbeitern, sodass wir da auch immer auf dem neuesten Stand sind. Und ja, das machen wir jetzt schon tatsächlich seit 8 Jahren und sind immer noch zufrieden. Sie verbauen Däumer hauptsächlich im Bereich Brandschutz. Wie steht es mit den Dichtungssystemen? Grundsätzlich bauen wir alles der Firma Däumer ein. Natürlich auch die Dichtungssysteme, gerade in den Bereichen, wenn Sie Versorgungsleitungen aus dem Haus hinausführen müssen. Sind wir da sehr stark unterwegs, ja, weil Sie müssen die Außenhaut, die Sie ja beschädigen, um eine Versorgungsleitung da draußen zu führen, die müssen Sie ja wieder 100% abdichten, ja. Und dementsprechend arbeiten wir natürlich auch mit den Dichtungssystemen, sowie auch mit den ein- und mehrsparten Hauseinführungen. Was ist für Sie das Besondere an den Däumer-Produkten? Naja, das Besondere an den Däumer-Produkten ist halt einfach, dass sie für jede Anwendung das passende Produkt im Programm haben. Oftmals ist es wirklich so, dass wir immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen, gerade im Bereich der Versorgungsleitungen, der Leitungsführung etc. Und Däumer hat A super Produkte dazu, also eigentlich für alles ein Problemlöser. Es gibt manchmal auch Probleme auf Baustellen. Sie sind tatsächlich einfach zu montieren, ja. Sie brauchen also kein extra Werkzeug, Drehmomentschlüssel etc. Und ja, Sie bekommen halt auch schnell das Material. Das heißt, wenn wir heute eine Anfrage starten, wissen wir einfach, dass wir spätestens morgen, wenn nicht sogar schon am selben Tag, das nötige Material vor Ort haben. Zum Thema Brandschutz. Mit welchen Anwendungsfällen sind Sie konfrontiert? Ja, oftmals ist es tatsächlich das Problem gerade in unserem Gewerk, dass wir einfach mit verschiedenen Rohrwerkstoffen arbeiten, dass wir aber auch verschiedene Rohrwerkstoffe auf den einzelnen Baustellen vorfinden. Das geht schon bei einer einfachen Wadsanierung in einem Mehrfamilienhausbereich los. Und da muss man halt wirklich auch ganz klar sagen, dass es halt nicht immer so läuft, wie wir es gerne als Handwerker vor Ort hätten, sondern ja, dass uns oftmals auch aufgrund der Einbausituationen kleine Probleme entstehen, die es dann halt gilt, auch schnellstmöglich zu beheben. Und das kriegen wir halt mit den Däumer-Produkten halt wirklich sehr gut gehandelt, weil es wirklich für alle Einbausituationen eigentlich eine Möglichkeit gibt, wo wir einen optimalen Brandschutz herstellen können. Was war Ihr anspruchsvollstes Projekt, bei dem Däumer Brandschutzprodukte zum Einsatz kamen? Wir haben in Köln ein Mehrfamilienhaus umgebaut, wo die Besonderheit einfach nicht das Mehrfamilienhaus war, sondern einfach die Tatsache, dass die Etagen teilweise noch bewohnt waren. Da mussten wir ein Brandschutzkonzept erstellen, was nicht ganz so einfach war, weil zu den Versorgungsleitungen halt noch eine alte Kölner Lüftung dazu kam, wo es galt halt, dieses Konzept zu erstellen. Das haben wir dann in Zusammenarbeit mit unserem Außendienst der Firma Däumer gemacht, der dann auf die Baustelle kam mit Coffee2go für die ganze Mannschaft und konnten so also das optimale Brandschutzkonzept erstellen und auch im Anschluss natürlich durchführen. Neben der Qualität der Produkte überzeugt Sie also vor allem der Däumer Service? Absolut. Bei uns ist es halt so, dass wir aufgrund des Fachkräftemangels und der vielen Arbeit, dass uns da oftmals die Zeit fehlt, da wirklich genau in die Planung reinzugehen, was den Brandschutz angeht. Und da ist es für uns wichtig, dass wir halt einen Partner an der Seite haben, der uns da mit Rat und Tat zur Seite steht, der auch mal zu den Projekten rausfährt, sich die Gegebenheiten anguckt. Und ja, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt auch ein Riesenplus, warum wir mit der Firma Däumer zusammenarbeiten. Das ist halt immer gegeben. Wir machen das seit acht Jahren erfolgreich mit der Firma Däumer. Und ja, kann man halt wirklich nur sagen, der Support ist echt richtig gut.